Moin und willkommen zu einem neuen Video auf dem SK Gaming Kanal. Heute gibt es mal was anderes und zwar die Hülle Olympiade. Wir sind hier gerade sieben Profis von SK Gaming aus verschiedenen Spielen am Start und wir werden uns heute in zwei Teams miteinander in verschiedensten Spielen, die wir natürlich nicht hauptsächlich spielen, duellieren. Wir werden dann verschiedene Aufgaben machen müssen und das Loser Team muss dann am Ende eine richtig miese Bestrafung machen. Seid gespannt, wer das Ding holt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Bis zum nächsten Mal. So, who has the empty ones? You have an empty one? Ich bin Team Captain. Dann bist du Team Captain. Geil. So, you get to pick first. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Echt? Ja, komm. Wir werden zu lange nicht bestraft. Oh. Okay, nämlich ich bin. Nice. Wie nice? Das ist echt geil. Wie ist das gefühlt, als du da gewählt zu werden? Ja, das ist echt. Das ist so spitze. Ich bin halt Profi. Gamer. Vielen Dank. Flick mit Ice Cream. Easy. Ich bin René. Nein, schade. So. Jetzt. 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 Du bist jetzt mit dir? Wie viele Millisekunden langsamer hast du? Was hast du hier? So 6. Hallo? Das ist wirklich halt. Herstaus seid du an. Wir sind jetzt. Wer erst hätte es gewinnen? Wo ist jetzt die Frage? Toll auf den Crowd starten. Okay. Du frühst mal. Du frühst mal auf die Diabore. Du bist denn jetzt? was da passiert. Ja ja, das war es. Geht das für Bote an. Was? Ich hab das nicht gelegt. Oh ja da, ich hab's nicht gelegt. Ich hatte das nicht gelegt. Was war da? Man fliegt Dominikon. Kannst du mich ans roomen? Nein, frag mich. Komm jetzt mal vor, lad. Waaallt! Ich bin mir helllos, glaube ich. Der hat doch immer noch einen Reihenskauf! Gott, Junge! Der hat Mord, der ist halt zufrieden. Der hat zufrieden. Ah, scheiße. Das hat Wohler was hat Wohler. Das ist gar kein Fehler. Schau, schau mal. Das war extrem stark. Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, das war nichts. 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 Schau mal, was ist das denn? Scheiße! Ein Drehenerbau! Drehen einfach dazwischen! Oh mein Gott! Wir haben die Schnurziger in den Waren. Ja, es ist einfach. Oh, Junge. Zwei Minuten. Drehen, halb Minuten. Noch zwei Minuten. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich wollte es einfach machen. Das kann nicht stimmen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Stopp! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Das ist der Ball! Ja, ist er auch. Ja, das ist der Ball! Da haben wir gewonnen! Oh, Junge! Geil! Also die Kugel ist da, ich zeig's nochmal ganz deutlich und jetzt kommt der erste Zug. So sieht's aus. Entscheide, in Ruhe. Beratung, Beratung. Vielleicht hat er auch einen Fetisch. Wir sind confident. Wir machen einfach schon. Okay, danke euch. Das ist spannend. Also das heißt, dieser hier wäre jetzt im Moment aus dem Spiel und insofern steht's tatsächlich jetzt 5050. Und ich werde die Beine einfach jetzt öffnen, damit ihr sehen könnt, wer gewonnen hat. Oh, ihr Götze, Alter, Götze. Ich zeig euch einmal, ja, einfach, dass ihr wisst. Wir machen wirklich langsam zu. Einverstanden? Total langsam. So würde ich stehen. Interface. Aber du musst noch nicht legen. Diesmal legen die Knie aus. Wie bist du erst? Ja, natürlich. Okay, ne? Oh, wow. Ich bin mir so sicher, dass es links wird. Jetzt setzen wir links, dann habe ich einfach dieses Vertrauen. Schauen wir uns das an. Spannend. Okay. Ja! Ja, Mann, das ist das Ding. So, Freunde, ihr habt's gesehen. Die fantastischen drei. Der verdiente Sieger dieses spannende Duells. Es ist bis in den letzten Satz gegangen. Wir haben es hier geschafft, beim Hütchen-Spielen richtig zu raten. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, euch in unseren Livestreams ein paar Giveaways zu bereiten. Und für die Verlierer geht's jetzt ans Auto waschen. Wie nice. Wie nice ist die Klapperei. Ja, geil. Wir nehmen jetzt alle ein. Wir nehmen jetzt alle ein. Das ist du. Das ist du. Das ist du. Das ist du, Flobi. Ah ja. Hm, habe ich da Bock drauf? Nicht so eigentlich. Ist du okay, Iwi? Ja. Im Kindergarten wird es gemacht. Wir müssen messen. Was? Was? Ich verstehe die Welt nicht. Das machen die Kinder. Ey. Ein Baby im Kindergarten macht mehr Sau. Drei, vier, fünf Leute hier da. Aber das kann ich noch nicht. Das ist einfach nicht. Oh ja. Du bist da recht. Vielen Dank.